Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Diese Folge wird auch nur auf YouTube erscheinen und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein liebes Hallo auch an alle neuen Abonnenten. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir die 5000 Abonnenten mittlerweile geknackt haben. Und ja, danke jedem Einzelnen, der mich abonniert hat und gerne hier ist. Und ich gebe ja somit den Opfern eine Stimme, die vermisst sind, die ermordet wurden oder die ganz viel Leid erlebt haben. Und ihr nehmt immer so schönen Anteil daran. Dafür möchte ich einfach auch Danke sagen. Ich lese natürlich auch immer die ganzen Kommentare von euch und nehme sehr viel Positives daraus mit, wenn ihr eben auch so mitfühlend seid bei vielen Fällen, die eben auch einfach unglaublich schlimm sind. Also ein riesiges Dankeschön an euch, auch für diejenigen, die mir schon von Anfang an folgen. Ja, meine Lieben, ich habe mich auch entschlossen, jetzt wo ich die 5000 Abonnenten voll habe, eine Kanalmitgliedschaft anzubieten. Das ist natürlich überhaupt kein Muss für euch. Das könnt ihr euch einfach ganz in Ruhe überlegen, ob ihr das machen möchtet. Ihr habt dadurch halt nur den Vorteil, dass ihr meine Videos erst schauen könnt, dass ihr erwähnt werdet in den Videos im Vorspann oder im Nachspann, je nachdem. Und ab Stufe 2 gibt es zum Beispiel Merchandise-Artikel oder wenn ich mal einen Livestream machen sollte, werdet ihr mit besonderen Emojis dort gezeigt oder auch in den Kommentaren sieht man das zum Beispiel. Das könnt ihr euch aber auch alles nochmal ganz individuell unter der Beschreibung dann durchlesen, was diese Kanalmitgliedschaft beinhaltet und wie teuer diese Kanalmitgliedschaft ist. Und selbstverständlich dürft ihr auch sehr, sehr gerne einfach kostenloser Abonnent bleiben. Da freue ich mich genauso drüber. Aber ich habe mir gedacht, ich biete das euch als einen zusätzlichen kleinen Service einfach noch mit an. Ja, meine Lieben, heute gibt es wieder einen recht kurzen, aber wie ich finde sehr spannenden alten Cold Case. Wie immer freue ich mich auf Kommentare am Ende des Videos dazu, was ihr vielleicht meint, was da für eine Theorie im Raum stehen könnte oder warum dieser junge Mann zu Tode gekommen ist. Ich bin nochmal gespannt, ob meine Kleine sich bis gleich beruhigt hat. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Jetzt bestimmt, jetzt nehmt ihr immer wieder Anteil daran, wie mein Hund hier gerade meine Aufnahme crasht. Ich könnte sie jetzt auch neu aufnehmen, aber viele von euch sagen immer, ich soll das nicht. Das ist eben das Leben und daran lasse ich euch jetzt einfach mal kurz teilhaben. Aber wenn ich gleich die Geschichte erzähle, finde ich es immer ein bisschen pietätlos, wenn jetzt meine Hündin im Hintergrund spielen würde, schon alleine in Angesicht der Hinterbliebenen. Aber jetzt so zur Ansprache, die ich mache, bevor der Fall beginnt, ja, lasse ich die Kleine jetzt hier einfach mal noch ein bisschen spielen. Und würde trotzdem sagen, wir beginnen mit dem Fall und ich beginne, wenn die Kleine sich gleich beruhigt hat. Heute geht es nämlich um einen Cold Case, der auch schon mal in der Cold Case Sonderausgabe von Aktenzeichen XY behandelt wurde. Und zwar geht es um den Fall von Ulrich Oehms aus 1982. Ulrich Oehms, den viele nur Uli nannten, war 19 Jahre alt. Er lebte mit seinem Vater und seinem jüngsten Bruder zusammen und es gab noch vier ältere Geschwister, diese waren aber schon ausgezogen. Ullis Mutter war leider schon verstorben, die hatte also wahrscheinlich relativ früh schon verloren in seinem Leben, was natürlich auch schon ein herber Schicksalsschlag ist. Zusammen lebte die Familie in Geroldstein. Uli arbeitete in einer Isolierbaufirma, die ihn zum Winter hin aber leider entlassen musste, da es nicht genug Aufträge gegeben hatte. Und da Uli keine abgeschlossene Ausbildung hatte, blieb ihm immer nur so der Job als Hilfsarbeiter oder er schlug sich mit kleinen Arbeiten durch, wo er zum Beispiel mal eine Wand malern konnte oder solche Dinge. Eine Freundin hatte Uli nicht, zumindest ist darüber nichts bekannt. Er war aber sehr fußballbegeistert und trainierte auch eine Jugendmannschaft. Laut Aussage der Polizei hatte Uli viele Bekannte, aber keine richtig engen Freunde. Er war eher der Typ Einzelgänger. Die Arbeitslosigkeit war schlimm für Uli, der eigentlich einen Führerschein machen wollte und dann aber wieder abbrechen musste, weil er eben kein Geld mehr dafür hatte und sich eben mit diesen Gelegenheitsjobs jetzt mehr oder weniger durchschlagen musste. Auch ging er ab und zu wohl mal gerne in die Kneipe was trinken. Das hatte er auch getan. Am 17. Februar 1982, ein Länderspiel hatte er da geschaut und dann kam er zurück nach Hause und dort sah sein Vater Uli das allerletzte Mal. Da hatte er ihm auch erzählt, dass er jetzt auf einen Karnevalsumzug morgen gehen möchte beziehungsweise eine Karnevalsfeier. Und das war das letzte Mal, als Vater und Sohn sich ja lebend gesehen haben und unterhalten haben. Alles andere, was danach passiert ist, lässt sich nur noch anhand von vielen Zeugenaussagen rekonstruieren. Ullis ehemalige Lehrerin sah ihn am 18. Februar dann auf dieser Karnevalsfeier, die er dem Vater ja noch angekündigt hatte. Diese Feier war in Pelm. Er hatte sich dort vor Frust stark betrunken. Als die Lehrerin mit ihren Bekannten dann so gegen 3 Uhr in der Nacht von dieser Feier zurück nach Hause wollte, machte sie sich etwas Sorgen um Uli und bat einen Bekannten, Uli mit nach Hause zu fahren, da er eben stark betrunken war und wohl mehr oder weniger auch alleine. Der Bekannte setzte Uli dann zwischen 3 und halb 4 in der Nacht am Ortseingang von Gerolstein am Stadtrand ab an einer Tankstelle. Von dort hatte Uli noch ca. 2 Kilometer vor sich, bis er sein Elternaus erreicht hätte. Dort kam er aber leider nie an. Uli muss also in dieser Nacht noch bei irgendjemand anderes aufgeschlagen sein, um dort zu schlafen oder sich aufzuhalten, denn um draußen zu schlafen war es viel zu kalt, sagte ein Polizist mal und es war ja auch gerade mal Februar. Und Uli muss also irgendwo untergekommen sein in dieser Nacht bzw. an diesem frühen Morgen. Die Polizei sucht heute noch denjenigen oder vielleicht sogar diejenige, wo Uli die Nacht damals verbracht hat. Am 19. Februar 1982 sah man Uli noch in einer Kneipe sitzen. Und drei Stunden später hat eine Zeugin, die Uli gut kannte, mit ihm gesprochen und ihn gegen 17 Uhr vor der Sparkasse in Gerolstein in der Nähe der Bahnhofstraße gesehen. Heute heißt die Straße Hauptstraße. Dort hat sie ihn zusammen mit einem Mann nach ihrer Aussage adrett angezogen gesehen. Sie sah die beiden auch im Späteren zusammen weggehen und sich unterhalten. Sie fand, dieser Mann passte nicht zu Uli. Der Mann wird ca. 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, ca. 1,80 groß und schlank. Er hatte mittelblonde Haare und lockige Haare, vermutlich eine Dauerwelle. Er trug ein Sakko und hatte laut Zeugina ein sehr elegantes Erscheinungsbild. Dieser Mann hat sich auch bis heute nie bei der Polizei gemeldet. Er muss nicht der Täter sein, er kann aber durchaus ein sehr wichtiger Zeuge sein. Dass er sich aber nicht gemeldet hat nach so vielen Jahren, auch nicht wo Lautsprecherdurchsagen durch den Ort fuhren und es TV-Fahndungen gab, lässt einen schon ein bisschen stutzig werden, ob er nicht doch der Mörder sein könnte. Eine weitere Aussage traf im Späteren noch ein Zeuge. Er will Uli mal am Geroldsteiner Gnasium gesehen haben, wie dieser dort in ein fremdes Auto stieg. Ob eine Frau oder ein Mann in dem Auto als Fahrer saß, weiß der Zeuge nicht mehr. Aber es soll sich um ein Fiat Modell 426 oder 427 gehandelt haben. Die Farbe ist ihm aber auch nicht mehr bekannt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hatte dieser Wagen auch ein Kennzeichen mit BIT für Bitburg. Als der Vater Uli dann schon drei Tage vermisste, sind Fossilien- und Mineraliensammler unterwegs an einer Sand- und Lavagrube nahe des Geroldsteiner Brunnens, nur wenige Meter von der Kreisstraße 33 entfernt. Sie machen eine grausame Entdeckung. Sie finden eine verbrannte Leiche, zum Teil zumindest. Der Oberkörper und Kopf sind stark verbrannt, also bis zur Unkenntlichkeit. Leichenstarre war längst eingetreten. Der linke Oberschenkel zeichnete deutliche Leichenflecken auf, so erinnert sich ein Polizist. Auch fand man die Leiche teils unentkleidet vor. Eine Geldbörse lag mit am Tatort und Kontoauszüge, die vermutlich herausgefallen sein werden. Auch ein Schlüsseletui oder ein Bund lagen daneben. Anhand dieser Dinge konnte man schnell annehmen, dass es sich um Uli Oehmz handelte. Endgültige Gewissheit lieferte ein Zahnabgleich der Leiche. Ullis Schildknorpel war gebrochen. Möglicherweise wurde er gewürgt oder bekam einen heftigen Schlag auf den Hals. Woran Uli Oehmz genau starb, möchte die Polizei als Täterwissen zurückhalten. Auch fand sich in Ullis Blut 1,9 Promille. Er muss sich also irgendwo im privaten Rahmen noch ziemlich stark betrunken haben. Wo das stattfand, dazu hat die Polizei bis heute keine richtige Antwort. Denn in der Kneipe davor, wo Uli sich ja aufgehalten hatte, soll er fast gar nichts getrunken haben. Vorwiegend hat er Obstbrense konsumiert. Dies konnte man wohl noch im Nachhinein feststellen. Da die Leiche nur teils verbrannt war, geht die Polizei davon aus, dass entweder nicht mehr genug Brennstoff am Fundort, der nicht der Tatort übrigens war, vorhanden war, oder aber die Täter möglicherweise gestört wurden oder der Täter. Es können ja auch zwei gewesen sein. Um 0.22 Uhr blieb Ullis Uhr stehen. Vermutlich wurde er dort verbrannt. Uli kam dann sehr wahrscheinlich am späten Abend des 19. Februar 1982 zu Tode und wurde in der Nacht auf den 20. Februar 1982 angezündet an diesem Auffindeort. Bis heute fehlt auch Ullis Brille, die er wegen Kurzsichtigkeit tragen musste. Gut möglich, dass diese immer noch im Besitz des Täters ist. Die Polizei geht in Ullis Fall übrigens nicht unbedingt von Mord aus, sondern eher von Totschlag oder einem Unfall. Dazu kann auch zählen, weshalb die Brille zum Beispiel eventuell fehlte, weil es vielleicht einen Kampf gegeben hat im Vorhinein. Der Polizei ist nicht bekannt, ob Uli Oehmz eventuell homosexuell war. Sie schließen das aber auch nicht aus. Es fanden sich aber keine Spuren an der Leiche, die auf einen Missbrauch oder ähnliches schließen würden. Es kann aber gut möglich sein, dass der Täter oder die Täter vielleicht Annäherungsversuche begangen haben, die Uli dann abgelehnt hat und es im Streit vielleicht dann eskalierte und zu einem Tötungsdelikt kam. Bis heute, so viele Jahre später, ist aber immer noch unklar, wie Ulrich Oehmz zu Tode kam. Ich hatte ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass der Fall auch bei der Kulkes-Sendung von Aktenzeichen XY gezeigt wurde. Es gingen da damals über 30 Hinweise ein, alleine auch schon bei der Polizeidienststelle und dann eben noch im Studio zusätzlich. Einige Hinweise allerdings waren der Polizei auch schon bekannt, andere wurden geprüft. Die Sendung wurde aber bereits Ende 2020 ausgestrahlt und es gibt bis heute keinerlei Neuigkeiten über den Fall in den Medien. Daher müssen wir leider davon ausgehen, dass der Fall von Uli oder auch Ulrich Oehmz weiterhin ungeklärt bleibt. Der Täter dürfte heute ca. 60 bis 65 Jahre alt sein. Vielleicht waren es ja wie gesagt auch mehrere. Leider aber hat sich bis heute kein Mitwisser oder Täter der Polizei gestellt. Dieser Fall ist auch wieder so ein Familienschicksal, finde ich. Ein Vater, der ja schon sehr früh seine Ehefrau verloren hat, die Kinder ihre Mutter und dann noch den Bruder oder auch den Sohn in dem Fall. Das finde ich einfach wieder so tragisch. Ob Ullis Vater heute noch lebt, das konnte ich leider nicht herausfinden, aber sicherlich leben ja noch die Geschwister von Uli und denen sollte man endlich Klarheit bringen. Die Ermittler gehen ja nicht mal von Mord aus, sondern von einem Unfall oder Totschlag und dieser wäre ja nach 20 Jahren verjährt. Nur die Beseitigung der Leiche und das Verbrennen stellt natürlich schon, wenn ihr mich fragt, eine ziemliche Grausamkeit dar. Vermutlich würde den Täter nicht mal mehr eine Strafe erwarten. Somit finde ich es einfach, ja, der Familie gegenüber einfach nur gerecht, wenn er sich endlich stellen würde. Aber es würde natürlich dann Aufsehen erregen, dass da jemand eine Leiche verbrannt hat und grausam war, selbst wenn er nicht mehr bestraft wird. Aber das fällt natürlich auf jemanden zurück und er scheut sich vielleicht dann doch in das Gefängnis zu kommen. Ob er da reinkäme, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass eben das Totschlag oder bei einem Unfall die ganze Sache längst verjährt wäre, nämlich nach 20 Jahren. Beim Mord natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Ja, meine Lieben, was sagt ihr denn zu dem Fall von Ulrich Oehm? Es geht ihr vielleicht auch der Theorie der Ermittler nach, dass es eventuell einen homosexuellen Hintergrund gehabt haben könnte? Oder vielleicht steckt für euch etwas ganz anderes mit der Tat zusammen. Ich habe euch das mal alles auch in der Infobox verlinkt. Denn man kann den Cold Case-Fall von Aktenzeichnix Y sich noch anschauen bei YouTube. Das ist ganz wenig ja nur noch der Fall, dass überhaupt noch Folgen nicht gesperrt werden von YouTube. Oft kann man die nur noch über Dailymotion abrufen, wegen Urheberrechtsverletzungen vom ZDF eben. Die stellen das dann immer sehr, sehr schnell eben als Urheberrechtsverletzung dar und dann werden die Videos gelöscht oder gar nicht erst bei YouTube online gestellt. Mich würde wie immer sehr eure Meinung zu dem Fall interessieren und ich freue mich wie immer, wenn ihr mir dazu etwas schreiben würdet oder wenn ihr natürlich nur Lust habt, wie immer. Es ist natürlich alles freiwillig hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, bis zu einem nächsten Fall. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia.